Ich kriege eine ganz große Wertschätzung. Und genau um die Wertschätzung, glaube ich, geht es beim Arbeiten. Wenn man die nicht hat, gefreut sind auch nicht. Wir haben auch sehr viele Leute, die nicht ganz so stark sind. Und die unterstützen wir halt, damit sie wieder ins Arbeitsleben zurückfinden. Das macht mir ganz großen Spaß. Nämlich, dass man einfach auf die Menschen so empathisch eingehen kann. Dass man denen ihre Stärken und Schwächen auch ein bisschen ausarbeiten kann. Das, glaube ich, ist so meine Hauptaufgabe. Und das macht mir wirklich eine Freude. Also das ist wirklich für mich ein Hauptteil. Und zudem natürlich die Gäste bedienen, Kaffee machen, Kuchen. Das was alles drumherum. Was sich halt einfach in der Gastronomie oder in dem Fall Kaffee-Bistro, wie man es nennen will, was sich halt einfach da so abspielt. Wir unterstützen halt so kleine Unternehmer. Und das fließt wieder alles irgendwie so in der Einheit. Das macht mich glücklich, ja. Ich kriege das einfach zurück. Ich bin die Silvia, ich arbeite in der Kreislerin und ich mache die Volkshilfe komplett. Das macht mich glücklich, aber in der ransom.